Dann hängt das wieder an gleich. Danke, Samira. Fink mal hier. Ich bin echt warm. Nein. Also ich denke, ich würde sie jetzt auch nicht zusammen in die Küche tun. Aber hier ist halt so schön viel Platz. Das finde ich immer auch ganz gut. Und Shaya ist halt wirklich schnell.